Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Paris Saint-Germain feiert seinen Sieg gegen Reims Urheberrecht Getty Images Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain eilen der Konkurrenz mit 7 Meilen Stiefeln auf und davon. Gegen Reims feiert PSG den siebten Sieg im siebten Spiel. Thomas Tuchel eilt mit Frankreichs Meister Paris Saint-Germain in der Liga eine weiter von Sieg zu Sieg. Gegen Stade Reims feierte der frühere Bundesliga-Trainer mit PSG beim 4-1-3-1 den siebten Dreier im siebten Spiel. Der Vorsprung vor dem Tabellen-2. Olympique Lyon beträgt bereits acht Punkte. DAT ENC ENTER, die Tabelle, Xavier Cavalierin brachte die Gäste früh in Führung zweite. Doch Edinson Cavani, Fünfter, Vierundvierzigster, Neymar, Vierundzwanzigster, V-Lelfmeter und Thomas Meunier, Fünfundfünfzigste, dritten das Spiel. Anzeige, jetzt Fanartikel von PSG sichern. Hier geht es zum Shop. Lyon klettert auf Rang 2. Lyon gewann unterdessen mit 3-0, 3-0, bei FC Odeon. Der Tabellen-3. Olympique Marseille setzte sich mit 3-2, 2-1 gegen Racing Straßburg durch. Der bisherige Tabellen-2. OSC Lille musste sich Girondins Bordeaux 0-1, 0-1 geschlagen geben und rutschte punktgleich mit Lyon und Marseille auf Platz 4 ab. Sportinformationsdienst Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Live-Streams, Live-Dicker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr 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 Bis zum nächsten Mal.